Hallo, herzlich willkommen zu meinem Beitrag, das losstürmende Pferd im Galopp an der Longe. Mein Name ist Babette Teschen, ich bin Pferdetrainerin und Autorin von Pferdefachliteratur. Ich habe unter anderem den Longenkurs entwickelt und ja, das Longieren ist für mich ein großes Thema. Ich gebe sehr viele Praxiskurse und habe von daher viel Erfahrung mit Pferden, die gerade im Galopp an der Longe große Schwierigkeiten haben, viel Stress haben und deswegen möchte ich in diesem Beitrag dir Wege zeigen, wie du das Galoppieren an der Longe sehr behutsam erarbeiten kannst, ohne dein Pferd dabei zu überfordern. Ich möchte auf die Gefahren aufmerksam machen, warum ein schlechter Galopp an der Longe gesundheitsschädlich für dein Pferd ist. Dazu habe ich die tolle Karin Katwinkel auch mit an Bord, die wird uns da einiges zu erzählen und ich hoffe, dass du einiges für dich und deine Arbeit mit deinem Pferd mitnehmen kannst. Also wir starten mal mit einem kurzen Film, wie das denn ausschauen kann oder leider öfter mal auch so ausschaut, wenn ein Pferdchen mit der Aufgabe, wir galoppieren mal entspannt an der Longe noch deutlich überfordert ist. Wir sehen, dass unser kleiner Spanier-Schimmel, den wir hier haben, jetzt das noch relativ versucht manierlich zu machen, aber im Galopp eine sehr schlechte Haltung zeigt und auch der Trab danach sehr sehr angespannt ist. Er zeigt zwar jetzt nicht, dass er versucht sich loszureißen, aber ein schöner Galopp sieht definitiv anders aus, werden wir uns auch nachher natürlich noch angucken. Und hier sieht man eben auch, dass nach einem solch schlechten, unausbalancierten Galopp ein schlechter Trab danach aussieht. Also dass er den Kopf sehr hoch hält, sehr angespannt ist, sehr starke Außenstellung, diese deutliche Schräglage zeigt. Und so ist ein galoppieren lassen an der Longe auf jeden Fall nicht trainingsfördernd, sondern eben im schlimmsten Fall führt es zu einer Überlastung von Sehnenbändern und Gelenken. Da kommen wir später aber noch ausführlicher zu. Ein schlechter Galopp an der Longe, wo das Pferd in diese Schräglage kippt, wo es anfängt hinten auszuscheren, birgt eine hohe Verletzungsgefahr. Das heißt, es reicht dann oft ein bisschen nasser Boden, ein bisschen rutschiger Untergrund und die Pferde können ausrutschen, zur Seite fallen, auf die Hüfte fallen und sich dabei auch wirklich verletzen. Ein schlechter Galopp an der Longe führt zur Überlastung von Sehnenbändern und Gelenken und macht den Pferden wirklich sehr schlechte Gefühle. Sie haben dabei totale Angst, sie haben Stress, sie verlieren das Vertrauen zu uns. Und das alles möchten wir doch hoffentlich nicht für unsere Pferde. So, und damit wir das jetzt einmal genauer besprechen, dazu erzählt uns jetzt die liebe Karin ein bisschen was. Hallo liebe Karin, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du mir gleich ein, zwei, drei Fragen beantworten magst zu meinem Beitrag. Was ist los mit davon stürmenden Pferden an der Longe? Magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte? Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass du mich dazu eingeladen hast. Ja, ich bin seit über 30 Jahren im Bereich Pferdegesundheit unterwegs und habe in der Zeit auch tausende Ausbildungen gesammelt, muss man sagen. So, das Wichtigste ist sicherlich, dass ich mal mit Hufpflege angefangen habe, 15 Jahre langen Reha-Zentrum für Pferde hatte, wo ich in einem Netzwerk mit Experten zusammengearbeitet habe, seit 2005 eine Schule habe, wo ich wiederum Experten ausbilde und seit Corona sehr stark online unterwegs bin und mich der Aufklärungsarbeit und der Hilfe zur Selbsthilfe für die Pferdebesitzer widme. Ich glaube, damit ist erst mal genug. Auf jeden Fall machst du das großartig. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Ja, ich möchte heute in diesem Beitrag ein bisschen aufklären, woran es liegen kann, dass Pferde an der Longe, gerade wenn es um das Thema Galopp geht, eben sehr schnell großen Stress bekommen, dann in einer sehr ungesunden Laufmanier unterwegs sind. Und da du ja unsere Gesundheitsexpertin bist, würde ich dich gerne dazu befragen, ja, warum ist es denn schädlich? Was kann denn da passieren im Pferdekörper, wenn die Pferde in einer solchen Schräglage unterwegs sind? Dazu haben wir ein paar Fotos beide zusammen gesammelt. So, hier sehen wir Foto Nummer eins von einem Pferdchen, welches im Galopp noch nicht so ganz ausbalanciert läuft, würde ich mal sagen. Sehr vorsichtig formuliert. Ja, da sehen wir im Prinzip diese enormen Kräfte eigentlich ganz, ganz hervorragend, die vor allen Dingen jetzt auf die Beine und auf die Wirbelsäule einwirken. Du hast es ja in deinen Kursen vielfach gesagt, das Laufen auf der Kreislinie ist in der Natur des Pferdes nicht vorgesehen. Das kommt nur eigentlich immer nur dann vor, wenn die Pferde in Versammlung sind, nämlich im Imponiergehabe, dann laufen sie im Kreis umeinander herum. Ansonsten, wenn sie in großem Tempo unterwegs sind, sind sie geradeaus unterwegs auf der Flucht in der Natur. Und deswegen sind wir in der Pflicht, wenn wir auf der Kreislinie arbeiten, und dazu gehört auch das Nicht-Longieren dazu, wenn wir reiten, jede Ecke ist ein Viertelkreis, müssen wir dem Pferd das erst einmal beibringen. Das ist natürlich ganz logisch, dass die ersten Versuche unter Umständen auch bei uns, bei dir und bei mir, schief gehen können und das Pferd beim Angaloppieren in seinen Fluchtmodus kommt. Ich kenne solche Bilder auch durchaus mit meinen eigenen Pferden immer mal wieder, aber man muss sie sofort stoppen und sich im Klaren sein, dass man vielleicht nochmal ein paar Schritte zurückrudert. Weil die Schäden auf den Pferdekörper passieren sehr schnell. Und wenn ich jetzt im Online-Coaching unterwegs bin, mein Schwerpunkt ist im Moment ja die Tragesschwäche, dann habe ich oft Altlasten zu beheben, die genau in dieser Phase nämlich entstanden sind, beim Anlongieren der Pferde. Ich habe das als Kind auch noch gelernt, ich habe also als Jugendliche viele, viele Pferde angeritten. Das hatte mit unserer schönen Arbeit von heute überhaupt gar nichts zu tun, sondern es wurde einfach ein junges, furchtloses Mädel gesucht, die sich da drauf gesetzt hat und manchmal bockten die Pferde wie verrückt an der Longe. Sie waren aber immer in so einem Tempo dann auch irgendwann unterwegs. So und dabei geht der Körper des Pferdes relativ schnell kaputt, weil die Oberlinie verspannt ist. Man sieht, das Pferd macht sich ja mit dem Kopf hoch und Wirbelsäule feststellen, alles ist ganz gerade in diesem Fluchtmodus, was in der Natur super funktioniert hätte, auf der Kreislinie nicht. Oberlinie wird kurz, damit wird die Beugefähigkeit der Hinterbeine reduziert und die Beine sind wie so gerade Stangen, die zur Seite wegschmieren. Und dafür sind die Pferdebeine und alle Gelenke im Pferd nicht gemacht. Gucken wir uns vielleicht nochmal ein anderes Foto dazu an. Genau, da hast du nämlich genial von hinten jetzt mal gezeigt. Links, der Fuchs ist so schnell unterwegs, dass ihm die Beine schon fast wegschmieren. Die Pferde können natürlich infolgedessen auch stürzen. Ja, habe ich auch schon erlebt und live miterlebt und die können ja so stark aus Becken knallen, dass da auch wirklich schwere Verletzungen entstehen. Und ich überlege, das wäre jetzt auf einer ein bisschen nassen Wiese oder der Sand wäre so ein bisschen schmieriger Untergrund. Dann machen die einmal Schmöbel und das legt sie auf die Seite. Und das wissen sie ja auch. Und davor haben sie ja eben auch wirklich große, große Angst. Wenn wir dann auch noch gerade in so einem Moment jetzt einen falschen Ruck an der Longe verpassen oder an der Longe ziehen oder irgendwas anderes, dann können wir dadurch natürlich den Sturz auch auslösen und machen dem Pferd auch noch wahnsinnige Angst, weil wir dem Pferd ja auch noch seine Balance-Stange klauen. Naja, und wir haben auch eine vermehrte Körperspannung, dürfen wir auch nicht vergessen, da in der Mitte, weil wir ja diesem davonstürmenden Pferd auch irgendwie so ein Widerlager bieten, dann zwangsläufig oder schnell dazu kommen. Und mit dieser Körperspannung bringen wir das Pferd noch einmal mehr in den Fluchtmodus. Genau, warum ich unterrichte, dass man eben in dem Moment eben nicht sich zum Pferd ausrichtet und eben nicht zieht, sondern, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen auf das eine Bild hier vorher, da macht nämlich meine Schülerin das sehr schön, die hat schon öfter bei mir Kurse gemacht und weiß, wie sie zu reagieren hat, wenn ein Pferd vorkachelt, dass sie dann eben nicht zieht, sondern wirklich nur so zwei Finger hinhält, Händchen hält an der Longe ohne Spannung und dann sich vor das Pferd begibt und körpersprachlich und mit der Energie und mit so einer ganz sanften Gärtenbewegung das Pferd zu dimmen und dadurch wieder durchzuparieren. Aber das muss man natürlich vorbereiten, die Hilfen müssen die Pferde ja schon kennen, ja. Genau, genau, deswegen gehe ich auch erst an Galopp, wenn ich eine Vorarbeit gemacht habe, wenn das Pferd sich überhaupt schon dimmen lässt und auf meine Körpersprache reagiert und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass wir erst mit einem vorbereiteten Pferd an die Longe gehen und den Galopp üben und nicht einfach so, weil sonst passiert es eben und die Pferde bekommen halt immer mehr Angst vor dem Galopp, weil sie dann nicht wissen, wann kommt jetzt auf jemand und zieht mir noch den Kopf zur Seite. Genau, und deswegen ist für mich schön, wie sie begleitet, nach vorne geht mit der Gärte, dimmt und so das Pferd dann wieder durchpariert, ohne es gedanklich von der imaginären Mauer zu ziehen, sage ich ja immer. Ich sage immer, hier draußen laufen unsere Pferde auf einer gedachten Mauer und wir sind die Person, die unten nebenher läuft, zwei Finger hinhält und den Kontakt zum Pferd versucht, freundlich zu halten, also in Verbindung zu sein, eine sanfte Anlehnung, aber wir dürfen eben nichts machen, was unser Pferd auch noch von dieser Mauer runterzieht. Ich gebe dann auch immer gern das Bild, stell dir vor, du selber hast ein Stirnband um, und du läufst auf einer Mauer und jemand geht neben dir her und macht auf einmal hier den Anzieher. Wie viel Vertrauen hättest du zu dieser Person, die dann neben dir hergeht, wenn du nie weißt, wann derjenige dich plötzlich von der Mauer runterrupft und du dann nach unten fällst. Deswegen gehört also für mich zum Beispiel zu einem absoluten No-Go, Energie aus dem Pferd rauszulassen, bevor man sich draufsetzt, indem man es an der Longe ordentlich kacheln lässt. Das ist ein absolutes No-Go und für mich auch irgendwelche Repressalien, also das Pferd abstrafen durch an der Longe hetzen oder dann wieder mit Rucken stoppen und Pferde, die an der Longe nicht ausbalanciert und damit auch nicht willig sind, auf gar keinen Fall über Galopp an der Longe, möglichst noch auf einem viel kleineren Zirkel, als es hier jetzt zu sehen ist, versuchen zu korrigieren. Das ist kein Korrigieren, sondern für mich psychisch und physisch wirklich kaputt machen. Körperverletzung. Körperverletzung, genau. Geh nochmal bitte zu dem nächsten Foto. Das hier. Genau, weil ganz links können wir jetzt sehen, wie die Beine, die sind total gerade. Das Pferd ist in dieser Körperspannung, in der psychischen Verfassung und mit der angespannten Oberlinie nicht mehr in der Lage, in die Hocke zu gehen. Also das, was es machen müsste, um auf einer Kreislinie balanciert zu laufen. Und auf dem mittleren Foto sieht man ganz extrem, wie dann das Bein schräg unter den Körperfuß, das kommt durch die sogenannten Scherkräfte und dabei leidet auf jeden Fall immer der Fesselträger. Und zwar der, der mehr halten muss. Das ist jetzt hier für das linke Hinterbein, wäre es jetzt der äußere Fesselträger auf dem linken Hinterbein. Und auf dem rechten Foto, da hast du jetzt zwar kein Galoppfoto, macht aber nichts, da geht es um das Verwerfen im Genick und Reagieren oder schon von dem Pferd vorbereiten, uah, jetzt gleich kommt ein Ruck an der Longe, dass wir dann mit einem starken Longen, Kapzaumkontakt, Kopfkontakt auch noch die Region Genick schädigen können. Also von blockiertem ersten Halswirbel über wirklich kleine Muskeln, die hier ja sitzen, die sogar reißen können, habe ich schon erlebt von Pferden, die an der Longe ständig geschleudert werden. Bis hin zu einer Geschichte, die viele nicht kennen. Der Schädel hat ganz hinten auf beiden Seiten in Richtung Ganasche vom Pferd solche knöchernden Zapfen, die sind ungefähr so groß wie mein Daumen. Diese Zapfen auf beiden Seiten tragen eigentlich bei Fluchtposition den ersten Halswirbel und sorgen dafür, dass dem Pferd im Galopp auf der Flucht der Kopf nicht, der ist ja relativ schwer, wild hin und her pendelt. So und wenn wir jetzt diesen Schimmel auf der Innenseite uns diesen Zapfen vorstellen, dann ist der sozusagen von dem ersten Halswirbel und dem Unterkieferbogen so in die Zange genommen, dass wenn jetzt das Pferd nochmal einen Ruck macht, der durchaus auch abbrechen kann. Ich habe drei Pferde in meiner Laufbahn erlebt, wo jemand auf diese Art und Weise einen Zapfen abgebrochen hat. Die Schmerzen kann man sich vorstellen. Die Pferde sind nie wieder in der Lage, reiterlich irgendwie so geritten zu werden, dass sie annäherungsweise durchs Genick gehen, willig an den Zügel herantreten. Also da kann man mit einem festen Ruck in einem hohen Tempo die Karriere des Pferdes ein für allemal beenden. Und mir wurde es tatsächlich auch früher so beigebracht. Also ich habe das wirklich gelernt, dass man über Aris das in den Händen stellt. Und heute ist sicherlich das, was ich am häufigsten in meinen Kursen sage. Gib nach, sei weich, nur Händchen halten, kein Ruck, kein Zug, nicht gegenhalten. Und das ist so ungewöhnlich, weil eigentlich normal immer das andere gelehrt wird. Genau. Da wünsche ich mir so sehr diese Aufklärungsarbeit, weil wir wollen ja eine gute Laufmanie. Also eher wollen wir, dass es den Pferden gut geht, dass sie keine Schmerzen haben. Und für die gute Laufmanie ist es aber ja auch unerlässlich, dass die Pferde im Genick lösen, dass sie entspannen, dass sie Vertrauen haben. Genauso wie sie beim Reiten Vertrauen zur Reiterhand brauchen, brauchen sie ja auch beim Longieren das Vertrauen, dass der Mensch, der den Kopf in der Hand hält, da eben auch keinen Unfug anstellt. Genau. Und wenn das Pferd darauf erwartet, dass Zug oder Ruck kommt, dann wird es sich ja muskulär auch nicht lösen. Damit haben wir dann aber ja überhaupt keine Chance, dass das Pferd im Genick löst, eine Innenstellung einnimmt und wir dann überhaupt in die Biegung kommen können. Ohne Stellung keine Biegung. Wie möchte ich das Pferd in eine gute Laufmanie bringen? Mit einer Beton-Nackengeschichte, die sie da oben haben. Und dieses Vertrauen bekomme ich eben nur durch konstant Weichsein. Und eben nicht dadurch, dass ich in einem Dauerzug an seinem Kopf hänge. Und ganz wichtig ist einfach, der Hals ist die Balancestange des Pferdes. Ich kann doch nicht irgendwie dem die ganze Zeit die Balancestange klauen, Tempo machen, Druck machen und sagen, jetzt lauf schön. Das funktioniert so leider nicht. Du hattest noch mehr Fotos vorbereitet. Vielleicht gucken wir nochmal. Ja, hier habe ich mal von jemandem, der gut zeichnen kann, für mein Buch damals zeichnen lassen, was im Prinzip mit den Beinen des Pferdes passiert. Hier ist an einem Buch dargestellt, wie Scherkräfte funktionieren. Ja, man schert zwei feste Bestandteile gegeneinander. Hier mit den Händen den Buchrücken. Würde man eine schwächliche Schraube oder einen schwächlichen Nagel durch das Buch getrieben haben vorher, dann würde der an der schwächsten Stelle brechen, wenn man genügend Kraft in dieses Gegeneinanderscheren bringt. Das ist dasselbe, was mit den Pferdebeinen bei dieser Schräglage passiert. Die schwächsten Stellen sind die Gelenke. Da geht zunächst mal der Knorpel kaputt, also der Knorpel nimmt Schaden, die Bänder nehmen Schaden, sodass also Erkrankungen wie Spatt, Hufrollenentzündung, Fesselträger habe ich eben schon gesagt, im Prinzip darüber entweder vorbereitet oder sogar verursacht werden. Und weiter oben im Pferd können vorne Buggelenk blockieren, hinten das Hüftgelenk blockieren. Eine andere Kraft, das ist jetzt hier auf dem rechten Foto dargestellt, ist die Fliehkraft. Die Fliehkraft kennt jeder von der Steinschleuder. Also wenn man etwas schnell im Kreis schleudert, will es nach außen fliehen. Karussell fahren, die Raupe damals auf dem Jahrmarkt, wo man dann so schön... Ja genau, oder Kettenkarussell. Dann fliegen die Stühle mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr nach außen weg. Das passiert mit dem Pferd an der Longe auch. Und da viele Physik jetzt nicht unbedingt als Lieblingsfach haben, habe ich es hier nochmal aufgeschrieben. Die Fliehkraft setzt sich zusammen aus der Masse, also Gewicht des Pferdes, mal der Geschwindigkeit. Im Galopp ist die groß und die zum Quadrat, also mit sich selbst mal genommen und dann abhängig vom Kreisradius. Das heißt also auf einer sehr, sehr, sehr großen Kreislinie ist das noch relativ harmlos, weil dann einfach durch eine große Zahl geteilt wird. Aber wenn man den Kreis jetzt auch noch klein, 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 klein macht, weil man vermeintlich das Pferd dann besser unter Kontrolle hat, dann vergrößert man die ungünstige Fliehkraft auf den Pferdekörper. Und die Fliehkraft schädigt auch alle Wirbel, Zwischengelenke, überall da, wo die Halswirbelsäule sehr biegsam ist, also in den mittleren Bereichen. Deswegen haben wir bei Pferden, die oft longiert werden, auch sehr gerne um den dritten, vierten Halswirbel herum Probleme. Und im Bereich der Lendenwirbelsäule, weil da keine Rippen sind, die das Ganze stützen, haben wir dann sehr oft Blockierungen, die allein auf dieses Schleudern an der Longe zurückzuführen sind. Genau, das Zentrifugieren. Arbeite ja durchaus auch auf kleinen Kreisen und fange auch auf kleinen Kreisen an. War langsam. Langsam. Erstmal Schritt und dort erstmal die Pferde ins Gleichgewicht bringen, in die Losgelassenheit führen. Von da aus dann langsam erstmal trabeln und zugucken. Da gehe ich ja noch mit. Ich longiere ja am Anfang noch gar nicht, sondern ich gehe neben dem Pferd und helfe dem Pferd in einem langsamen Trab an der Hand überhaupt erstmal ein gutes Gleichgewicht zu finden, sich loszulassen, im Genick zu lösen. Und erst dann baue ich die Distanz auf. Und dann, umso höher das Tempo wird, umso größer gehe ich die Kreislinie mit dem Pferd. Und gerade im Galopp, umso mehr Platz ich zur Verfügung habe, umso besser. Ich gebe den Pferden dann immer zunächst erst nur das Angaloppieren und das auch idealerweise immer da, wo außen eine Bande ist, damit das Pferd von einer Seite eben eine Stabilität hat. Weil es muss ja sein Gleichgewicht und seine Balance und seine Koordination im Galopp erst lernen. Und deswegen galoppiere ich am Anfang immer nur zwei, drei Hüpfer, Galoppsprungen. Dann lasse ich es wieder ausgehen und mache erst den Trab wieder hübsch. Und gucke halt auch von der Psyche her, ob das Pferd überhaupt dann in diesen Galopp mitgehen kann. Oder ob ich es überfordere. Wenn es anfängt, sich loszureißen, loszubrezeln, loszubucken, dann weiß ich, es ist noch nicht so weit. Es hat noch gar nicht die psychische Stabilität, um mit dieser Anforderung gut umgehen zu können. Dann ist es noch zu früh. Dann verlange ich es auch nicht. Aber immer, wenn ich wieder richtig schön entspannt bin, frage ich halt noch mal. Am besten dann, wenn ich gerne im Raum pennen. Wenn ich keinen Raum pennen habe, dann würde ich es immer so machen. Zeige ich auch nachher noch eine Grafik, dass ich da angaloppiere, wo ich vom Zirkel komme, wo dann drei geschlossene Seiten das Pferd erst mal stabilisieren. Damit ich eben nicht irgendwie an der Longe hängen muss, um das Pferd daran zu hindern, einen ganzen Platz mit mir davon zu galoppieren. Das möchte ich natürlich nicht. Und so schnell bin ich dann auch nicht, dass ich dann nicht doch irgendwann an der Longe hängen müsste, wie ein Fähnchen am Winde. Also von daher immer gut gucken, wo ist der strategisch beste Punkt, um dann das Pferd wirklich ganz sacht in den Galopp reinzutakten, sage ich dazu. Da werden die Pferde halt auch immer so reingeschubst. Sie sind irgendwie gerade entspannt im Trab und dann Galopp und die Pferde düsen natürlich los. Und dann kommt viel Energie und die Peitsche wird hochgerissen und der Mensch dreht sich zum Pferd. Und die Pferde können gar nicht anders, als sofort in so einen Galopp zu gehen, wie man das auf diesen Fotos gesehen hat, wo die dann einfach dann sofort in diese Schrieglage kippen. Und wenn es mir aber gelingt, sie so ganz sanft in dieses Bild zu tragen, ihnen auch Zeit zu geben, dass die wirklich überlegen können, Moment, was muss ich machen? Linkes Bein, rechtes Bein, hinten dies, vorne das. Und dann so ganz langsam in so einen faulen Galopp mal kurz reinfallen und ich das sofort dann feiere und lobe und sage, ey, du bist ja so toll, dass du dich getraut hast, diesen Sprung zu machen. Und da kann man auch mit anderen Sachen noch unterstützen. Da gehe ich auch später noch darauf ein, dass man halt den Pferden so einen kleinen Dualschlauch in den Weg legt und sagt, guck mal, das ist eigentlich ein drei Meter Oxer. Du musst schon ein bisschen hüpfen, damit du da rüber kommst. Aber einfach nur mit diesem inneren Bild zu spielen und dem Pferd die Idee zu geben, Versuch doch mal, diesen kleinen Hüpfer zu machen und den sofort zu loben, zu sagen, ey, richtig, super Idee. Daraus kann man sehr spielerisch und sehr druckfrei die ersten Galoppversuche unternehmen. Und dann haben die Pferde eben auch keine Angst. Und wichtig halt, nach dem Galopp immer gleich wieder in so einen schönen Trab, in die Entspannung zurückzuführen und sie erst dann auch im Trab, ihnen wieder Zeit zu geben und nicht sofort in drei Sekunden später den nächsten Galopp, der dann wieder total gestresst aussieht. Wir haben noch mehr Fotos. Sollen wir noch mehr gucken? Ja, hier eine Ansammlung von Katastrophen. Fangen wir mal oben rechts an. Zu der Zeit wusste ich es noch nicht besser. Das Pferd lebt schon lange, lange, lange nicht mehr. Es ist sehr alt geworden, da war es fünf. Und ich war also in Sachen Longe unterwegs auch noch mit Hilfszügeln, so wie ich das mal gelernt hatte. Und das ist natürlich die schlechteste aller Möglichkeiten, weil da dem Pferd dann auch noch die Möglichkeit gegeben, genommen wird, sich über den Hals wirklich gut auszubalancieren. Ich war damals ganz stolz, dass es ein Hilfszügel mit einer umlaufenden Rolle zwischen den Vorderbeinen war, sodass das Pferd zumindest innen und außen die Länge ausgleichen konnte. Es ist aber permanent hinter der Senkrechten. Man sieht, wie stark es jetzt gerade hier auf die innere Schulter fällt. Damit auf jeden Fall Fesseltragerapparat, Hufrolle auf der rechten Vorhand in diesem Moment wahnsinnig überlastet. Man sieht, dass die Hinterhand komplett weg ist. Die geht überhaupt nicht mehr unter den Schwerpunkt. Die hängt und läuft eigentlich nur noch so hinterher. Das habe ich zum Glück nur eine kurze Phase gemacht. Dann war ich dann in dem Stadium, wo ich mich weiter fortgebildet habe, sodass mein Schimmel dann in den Genuss gekommen ist, wirklich schöne Arbeit zu erfahren. Aber diese Phase des schlechten Longierens musste ich im Prinzip erst mal wieder löschen. Viel schlimmer noch, in die Bilder oben links und unten rechts ist dasselbe Pferd. Ein Pferd, das ich mit Sibylle Wiemert zusammen vom Schlachter gerettet habe und dann in sehr, sehr gute Hände vermittelt habe. Dieses Pferd war immer schon hektisch unterwegs gewesen. Bei dem Brit, wo es ausgebildet werden sollte, waren die nur noch in der Lage, im halben Galopp aufzusitzen. Das war also nur noch permanent im Fluchtmodus unterwegs. Und das konnte weder frei geritten sind wir natürlich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht. Das war einfach, um mal zu gucken, was ist denn das für ein Pferd? Heute haben wir es mal kurz an die Longe genommen, wie ein Brett. Wie ein Brett, das war so blockiert, dass es im Stand auf der Stallgasse nicht mehr in der Lage war, alle vier Füße auf den Boden feste aufzusetzen. Es musste immer ein Bein in die Luft halten, weil es so durchblockiert war am ganzen Körper. Und wir sehen hier auf dem Oben-Links-Foto der extreme Zug, also des hinterherlaufenden Hinterbeins, dieser eigentlich Kniebeuger, wie sehr die da überlastet sind. Wir sehen den ganzen Bereich der Schultermuskulatur. Der versucht noch irgendwie abzufedern, was aber, der war vier, fünf auf dem Foto, im Vorderbein schon fast durchgefesselt bis auf den Boden. Also auch das wird kaputt gemacht, dieser ganze Fesseltrageapparat. Und wenn wir uns den dann unten auf dem Reitplatz auf der anderen Hand angucken, dann sehen wir eigentlich schon, wenn wir den Hals verfolgen, dass wir da eine Blockierung im Bereich fünfter Halswirbel eigentlich schon sehen können, da wo dieses Loch unter diesem starken Muskelstrang, der irgendwie versucht, das noch zu stabilisieren. Das Pferd geht in der extremen Außenstellung, ist jetzt hinten und vorne durchtrittig, in der Zweibeinstütze vom Galopp, der kommt hinten und vorne mit der Fessel auf die Erde. Extreme Spannung in der Oberlinie und hier kann man eigentlich nur abstrahieren, wenn das Pferd häufiger so zentrifiziert wird, also gelongiert wird. Ich wollte, dass es auch geschleudert wird, dass es dann einfach kaputt geht. Und etwas anders, die Situation ist auch schon länger her, das Pferd lebt auch schon nicht mehr. Den hatte ich damals das erste Mal in seinem Leben mit auf einer Messe und der war super versammlungsbereit und am Langzykel und Doppellonge und Longe am seidenen Fädchen zu handhaben. Aber in dieser besonderen Situation Messe war der einfach so aufgeregt und so angespannt, dass voll das alte Muster wieder da war, womit wir einmal zeigen möchten, dass natürlich auch bei einem gut ausgebildeten Pferd das schnell wieder passieren kann. Aber wie ihr seht, reagiere ich hier auch, indem ich locker lasse und mit meinem Körper jetzt den nächsten Schritt, eigentlich Ausfallschritt, sodass ich seinen Weg abkürze, um ihn wieder einzufangen, ohne am Kopf zu ruppen. Ja, sehr gut. Aber die innere und äußere Losgelassenheit gehört einfach zusammen. Und jede Sekunde kann ängstlich werden und läuft sofort in dieser Sekunde in einer schlechten Haltung, in einer schlechten Manier auf einer Kreislinie, gar keine Frage. Und dann ist es halt immer wichtig, dass wir immer wieder gucken, wie können wir auch erst die innere Losgelassenheit des Pferdes wieder herstellen, bevor wir daran denken, ja, wieder in die hohen Gangarten zu gehen. Weil es kann einfach nicht hübsch werden. Also einen schlechten Galopp kann man im Galopp nicht verbessern, sondern in der Regel im Schritt. Ja, genau. Mein Reden. Sehr schön. Sehr gut. Sagt übrigens Richard Hinrichs ganz genau so. Sehr schön. Ja, verwerfen, du hattest es schon gesagt. Und ja, verwerfen für mich auf jeden Fall immer zu gucken, wo kommt es her. Das kann natürlich am genickiges Thema liegen, aber auch von hinten kommen oder vom gleichseitigen Vorderbein, dass da ein Schmerz geschehen ist. Aber ganz oft sind wir es ja nun mal, die im wahrsten Sinne des Herdes den Pferden, den Kopf verdrehen, eben über die Einwirkung am Kopfstück. Und das spielt dabei jetzt auch keine Rolle, ob es unbedingt der Kappsaum ist. Der Kappsaum hat natürlich eine sehr starke Einwirkung auf den Kopf, dass wir darüber sehr gut den Kopf positionieren können. Deswegen mag ich ihn ja auch. Aber nur, wenn er eben dem Pferd gut erklärt wird und sehr, sehr behutsam und gefühlvoll angewendet wird. Wenn er so angewendet wird wie hier rechts auf dem Bild, ja, dann ziehen wir einfach am Kopf. Und das ist ganz, ganz gruselig. Und wenn ich im Kurs sehe, dass ein Pferd sich verwirft, dann sage ich sofort meinem Schüler, nachgeben, loslassen, weil wir befinden uns im Zug. Damit schalten wir, abgesehen von den Problemen, die wir im Genick damit verursachen, auch noch eine automatisierte Hilfskonstruktion im Pferdekörper aus. Also normalerweise würde das Pferd versuchen, die Last vom inneren Vorderbein runterzunehmen, durch den Kopf geht nach außen. Dann wird im Oberhals genau die Muskulatur angespannt, die die Schulter oben hält. Und dafür sorgt, dass im Prinzip oben abgefedert wird durch dieses kurze Hochhalten der Schulter. Kommt nicht so viel Last unten, Hufe, Fessel, Fesseltrageapparat, Fesselträger. Und wenn das Pferd aber gezwungen wird, durch Ruck an der Longe, sich wieder nach innen zu gucken, dann ist auf der inneren Seite genau diese Muskulatur im Oberhals ausgeschaltet, wodurch dann die ganze Last auf das innere Vorderbein rauscht. Das konnte man eben bei meinem Schimmel auch sehr gut sehen. Kann man hier bei dem schwarzen Links auch ansatzweise sehen. Und ja, damit verhindert man, dass das Pferd im Prinzip seine Vorderbeine schont und muss einfach wieder langsam, langsamer werden und das richtige Laufen auf der Kreisbahn wieder langsam von vorne an anfangen. Genau. Ja, und wenn es nur in dieser Trainingseinheit ist. Genau, so würde ich es auch immer wieder machen. Ja, das waren meine Fotos, die ich hatte. Ja. Hast du noch was zu ergänzen? Haben wir was vergessen? Nö, man kann sicherlich noch eine Menge dazu sagen. Ich würde aber sagen, dass das jetzt für den ersten Input erstmal genügt, dass wir mitnehmen, dass einfach die Geschwindigkeit die Probleme manifestiert und potenziert, die wir mit dem Pferd vielleicht ohnehin schon an der Longe haben. Und je schneller und kleiner der Kreis, desto schneller das Pferd kaputt. Das kann man als Quintessenz einfach daraus nehmen. Genau, und nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Genau, auf allen Ebenen. Schaden unseren Beziehungs- und Vertrauensverhältnis zu unseren Pferden in meinen Augen massiv und fügen ihnen wirklich echten Kummer zu. Und ja, ich hoffe, dass unser Beitrag da ein bisschen beitragen kann, dass es in Zukunft nicht mehr so häufig so praktiziert wird. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, ich auch. Tolle Idee. Ganz vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast. Sehr gerne. Und dann bis ganz bald wieder. Ja, bis bald. Tschüss. Kommen wir nochmal auf die Ursachen für einen schlechten Galopp an der Longe zurück. Einmal ist das der Mangel an Koordinationsfähigkeit, Balance und Kraft. Das Pferd muss erst lernen, die Kreislinien in einer gesunden Manier zu laufen. Pferde in der Natur laufen geradeaus, ändern die Richtung, laufen geradeaus. Aber eine Kreisbahn ist für das Pferd erstmal nichts, was es irgendwie von Natur aus hübsch laufen kann. Das ist eben auch genau der Grundgedanke der Arbeit nach dem Longe-Kurs, dass wir dem Pferd kleinschrittig die gesunde Laufmanier erklären. Und wie, als wenn wir einen neuen Tanz lernen, muss das Pferd lernen, sich komplett neu im Körper zu sortieren, zu bewegen. Denn gesund laufen Pferde den Kreis eben nur, wenn sie losgelassen sind, wenn sie eine gute Balance haben, wenn sie sich dann der Kreislinie entsprechend biegen, wie die Hinterhand gut unterdrillt und Last aufnimmt. Und das alles müssen wir unseren Pferden erst beibringen. Und wenn wir darauf sie nicht gut vorbereiten, also eben dieser Mangel an Vorbereitung, und das Pferd eben noch nicht gelernt hat, den Kreis in einer gesunden Manier zu laufen, dann wird es im Galopp noch die größte Not bekommen. Im Galopp gibt es eben die Schwebephase, es ist das höchste Tempo, das heißt, die Kräfte, Zentrifugalkraft, Fliehkraft wirken am stärksten auf den Pferdekörper ein. Und dadurch ist eben für das Pferd der Stress in dieser hohen Gangart am größten. Mangel an Losgelassenheit, eben wenn das Pferd diese negativen Gefühle hat von Stress und Angst, dann haben leider viele Pferde schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass eben der Mensch sie stört, also Störung durch den Menschen am anderen Ende der Longe ist für die meisten Pferde ja ein großes Übel, eine große Not. Wir haben ja das andere Ende der Longe in der Hand, der Hals ist die Balancestange des Pferdes. Und wenn wir dort das Pferd aus dem Gleichgewicht bringen, aus dem Gleichgewicht ziehen, ja, dann bekommen die Pferde noch mehr Stress, noch mehr Angst. Und leider haben da viele Pferde schon erfahren, dass der Mensch viel zu viel Druck macht, dann gleichzeitig aber in der Longe zieht. Und ja, dadurch kommt es dann zu diesen Stresssignalen, wie ich rase los, ich versuche mich loszureißen, ich versuche umzudrehen. All die sogenannten Widersetzlichkeiten zeigen die Pferde eben durch diese Gründe. Kann natürlich auch noch andere Gründe haben, dass wenn jetzt zum Beispiel das Pferd 23 Stunden am Tag in der Box steht, was es hoffentlich niemals mehr tut, und dann einfach nur fürs Training mal kurz raus an die Longe gehängt wird, ja, dass so ein Pferd dann eben nicht entspannt ist, sondern dass es dann erstmal natürlich seine Energie irgendwo abknattern muss. Ich denke, das kann man sich ausmalen. Also auch hier muss man immer ganzheitlich denken, wie ist die Haltung des Pferdes und die Fütterung, wie ist der Stresslevel des Pferdes, der Umgang, die Arbeitsatmosphäre, das kommt auch alles noch dazu. Ein Pferd sollte schon ein paar Voraussetzungen mitbringen, bevor wir überhaupt daran denken, den Galopp mit in unser Trainingsprogramm zu nehmen. Das Pferd sollte also körperlich und psychisch reif dafür sein. Das heißt, es sollte eben über die nötige Koordinationsfähigkeit, Balance und Grundkraft schon verfügen, dass wir den Galopp anfangen können zu trainieren. Im Schritt und Trab sollte schon eine gute Basis vorhanden sein, dass das Pferd da eben schon eine gute Losgelassenheit und Balance zeigt. Und ganz unten steht nochmal mit dicken Ausrufungszeichen, die Losgelassenheit sollte vorhanden sein. Wenn das Pferd eh gerade schon sehr angespannt und nervös und ängstlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen schönen, entspannten, losgelassenen Galopp entwickeln kann, doch sehr gering. Ich brauche als Equipment, sollte ich mir einen entsäunten Platz suchen, auf jeden Fall. Idealerweise, wenn das Pferd wirklich noch große Schwierigkeiten im Galopp hat, empfehle ich auch ins Roundpin zu gehen. Normalerweise longiere ich nicht im Roundpin, weil ich gerne viel Platz habe, wo ich Bahnfiguren laufen kann, wo ich auch viel Strecke gerade auflaufen kann. Aber gerade im Galopp, wenn ich Pferde habe, die dazu neigen, loszustürmen, sich zu versuchen, loszureißen, ist ein Roundpin erstmal für die ersten Trainingseinheiten sehr zu empfehlen. Wenn das Pferd auf einem großen Platz wirklich noch zu sehr versucht, sich loszuweisen, zu sehr nach außen driftet, dann würde ich immer empfehlen, den Platz abzutrennen, dass man mit so einem Flatterband, wie man es auf Baustellen nutzt, in der Mitte der Bahn einmal eine kleine Abtrennung zieht. Im schlimmsten Fall kann das Pferd da durchlaufen, ohne sich zu verletzen. Hoffen wir natürlich, dass das nicht passiert und das Pferd diese Abgrenzung gut annimmt. Aber damit kann man dem Pferd ein bisschen mehr Rahmen geben und Fehler vermeiden. Ich empfehle das Longieren am Kappzaun. Weil ein weich gepolsteter, guter Kappzaun einfach eine gute Positionierung des Kopfes ermöglicht. Alternativ kann man sicherlich auch mit dem Halfter galoppieren, hat aber dann nicht die Einflussmöglichkeit auf die Genickstellung. Wir brauchen eine Longe. Dann können wir mit einer Bogenpeitsche oder einer Longierpeitsche arbeiten. Zu der Peitsche komme ich auch noch ausführlicher. Dann sind sehr hilfreich, wenn wir uns mit Dualschläuchen oder Pilonen oder Markierteller ein bisschen auch dem Pferd einen Rahmen geben. Da zeige ich euch auch gleich noch was dazu. Optional Legerlies Marker. Ich bin ein Klickertrainer. Ich arbeite mit Positivverstärkung. Und gerade wenn ich dem Pferd nach dem ersten Galoppsprung gleich irgendwie dem Marker gebe und sage, ey, das war aber großartig, was du da gemacht hast, fängt das Pferd dann sehr schnell an zu verstehen, was die Aufgabe ist und denkt nicht mehr ans Losrasen, sondern fragt, habe ich das gut gemacht? Gibt es dafür vielleicht eine Belohnung? Und deswegen bin ich ein großer Freund, gerade damit ich auch den richtigen Moment belohnen kann und auch auf Distanz dem Pferd das Regal geben kann. Ey, ja, richtig, dafür arbeite ich mit Marker und ich arbeite mit sehr viel Lob. Nicht nur Futterlob, auch mit echter Würdigung, mit echtem Herz öffnen. Das Pferd wirklich begeistert sagen, ey, du bist so großartig, dass du das ausprobierst. Auch das macht dem Pferd wirklich gute Gefühle und nimmt ihm die Angst. Ich bin ein Mitgeher beim Longieren und zwar empfehle ich, auf Kopfhöhe mit dem Pferd, mit dem Pferd immer mitzugehen. Und ich stelle mir dabei gedanklich vor, dass mein Pferd hier außen sich auf einer Mauer bewegt, drei Meter hohe Mauer. Und ich bin diejenige, die nebenher geht und mein Pferd so zwei Finger hinhält, wo ich sage, guck mal, ich bin da, ich gebe dir ein bisschen Balancehilfe, damit du nicht von deiner Mauer fällst. Und das sehe ich eben auch genau als unseren Job an, dass wir die Pferde begleiten, dass wir sie unterstützen, dass wir unsere Hilfe anbieten. Aber was wir eben niemals tun sollten, dass wir an der Longe einwirken, sodass wir unser Pferd von der Mauer runterziehen und sie aus dem Gleichgewicht bringen, weil dieser Balanceverlust macht den Pferden Angst und Stress. Lenken tun wir unsere Pferde über unsere Körpersprache. Dazu stelle ich mir immer vor, ich habe am Bauchnabel eine Taschenlampe und da, wo ich mein Pferd hin dirigieren möchte, dahin zeigt der Lichtstrahl meiner Taschenlampe. Man kann sich auch gedanklich zwei Augen auf die Schultern setzen und so wie beim Reiten auch die Körpersprache einsetzen, um damit das Pferd zu lenken und eben nicht an der Longe zu ziehen, um das Pferd zu lenken. Die Longe ist wirklich nur unser Händchenhalten, unsere Hilfe für das Pferd, unser Kontakt zum Pferd. Mein Ziel bei meiner Arbeit ist nachher immer die Freiarbeit. Das heißt, irgendwann, wenn unsere Pferde die Übung gut gelernt haben, möchte ich in der Lage sein, Kapselmlonge abzumachen und dann allein über meine Körpersprache und der bis dahin erarbeiteten Kommunikation über Stimmhilfe, über Peitschensignale das Pferd zu unterstützen, dann auch in der Freiarbeit eine gute, gesunde Laufmanier zu zeigen. So, hier seht ihr nochmal, wie es denn aussieht, wenn wir über die Longe das Pferd aus dem Gleichgewicht bringen. Auf dem linken Bild, da seht ihr, dass meine Schüler schon sehr weit hinten ist und dadurch in so einem spitzen Winkel auf den Kopf des Pferdes einwirkt. Man sieht sofort, dass das Pferd auch anfängt, seinen Kopf zu verdrehen, zu verwerfen und im nächsten Bild seht ihr den Balanceverlust. Auf dem linken Bild war das Pferd noch in einer guten Schulterbalance. Auf dem rechten Bild fällt es gerade von der Mauer und kann gar nicht anders, als seine Mauer zu verlassen und runter zu laufen. Und das ist etwas, das, was dem Pferden doch immer eine große Angst macht, wenn es jederzeit damit rechnen muss, dass der Mensch am anderen Ende der Leine meint, er muss mal einmal kurz das Pferd einholen. Das macht den Pferden wirklich Kummer. Das bitte nicht tun. All das erkläre ich sehr ausführlich in meinem Theorie-Vortrag zum Longen-Kurs. Er geht drei Stunden. Deswegen, ich kann das hier jetzt nicht so umfassend erklären. Aber wenn du davon mehr hören möchtest, empfehle ich dir, einmal auf meine Seite zu gehen und dir den Theorie-Vortrag zum Longen-Kurs anzugucken. Den mache ich regelmäßig in Live-Terminen. Es gibt aber auch als Aufzeichnung dieses Seminar. Und da erkläre ich das alles ganz ausführlich, wie ich die Hilfen gebe, wie ich die Pferde vorbereite, wie ich die Longen-Hilfen gebe, wie ich Peitschen-Hilfe gebe. Ja, kleine Werbung in eigener Sache. Wichtig, vermeide bitte, bitte auf jeden Fall zu viel Druck auszuüben. Auch das Pferd zu überfallen. Dann ganz oft sehe ich das und beobachte, dass die Pferde gerade im Trab halbwegs entspannt vor sich hinlaufen. Und dann kommt und galopp und die Pferden. Oder dieses Küsschen, das sehen wir auch gleich noch im Film. Und es ist dann für viele Pferde so viel Energie, dass sie sofort explodieren und dass es einfach viel zu laut ist. Also wirklich weich in das Bild geht. Dann bitte vermeiden, an der Longe zu halten, zu ziehen, zu rucken, rucken oder rückwärts einzuwirken. Also keine Arres. Ich habe es leider auch damals noch gelernt, dass ich wirklich deutlich Impulse geben sollte. Habe das früher auch mal so praktiziert. Und heute denke ich nur, oh mein Gott, das war furchtbar. Meine armen Pferde. Und bin heute, das, was man am häufigsten bei mir im Kurs hört, ist, sei weich, gib nach, lass die Schultern locker. Denk an ein Vögelchen in der Hand, dem du keinen Druck machen möchtest. Also wirklich diese weiche Hand. Das Pferd braucht zu unserer Hand genauso ein Vertrauen, wie beim Reiten, zu unserer Reiterhand. Also, dass es dann wirklich ans Gebiss sich rantraut zu treten oder an die gebisslose Zäumen. Genauso müssen wir dem Pferd das Vertrauen geben, dass wir beim Longieren es sehr weich, gefühlvoll begleiten. Bitte auf keinen Fall auf zu kleinen Kreisbahnen longieren, was das ausmachen kann. Das hat uns die liebe Karin sehr ausführlich erklärt. Bitte nicht mit der Peitsche drohen oder hetzen. Dafür ist sie nicht da. Die Peitsche ist ein sehr freundliches Hilfsmittel. Ich möchte dem Pferd die Signale erklären. Ich möchte eine Hilfe haben, dass wenn ich mit der Gärterrichtung oder mit der Peitsche zur Schulter zeige, dass das Pferd weiß, oh, ich soll mehr die Balance verbessern. Ich soll das Gewicht von der inneren Schulter nehmen. Ich möchte eine Hilfe haben, wenn ich mit der Peitsche Richtung Gurtlage zeige, dass das Pferd weiß, ah, ich möchte mich ein bisschen mehr biegen, denn da ist ein innerer Schenkel. Ich möchte eine dimmende Gärtenhilfe haben. Das habt ihr auch in dem Film gesehen. Das heißt, wenn mein Pferd zu flott wird, gehe ich mit zwei Pferdelängen Abstand etwas vor mein Pferd und mache dort so ganz weiche Bewegungen hoch runter, gleichzeitig mit meiner Energie, dass ich sage, langsam, brut, brut. Damit möchte ich durchparieren, damit ich ihn nicht über die Longe bremsen muss. All diese Hilfen muss ich, wie gesagt, dem Pferd erst erklären, damit sie dann auch später in der Arbeit gut funktionieren. Und das sollte eben schon vorhanden sein, bevor ich an das Galopp-Thema rangehe. Dann auf keinen Fall würde ich das empfehlen, auf der Stelle stehen zu bleiben, sondern immer das Pferd mit zu begleiten. Bitte dein Pferd nicht überfordern. Bitte keinen schlechten Galopp laufen lassen. Also wenn du siehst, oh, mein Pferd ist nicht so schön angaloppiert, dann wieder vorsichtig beruhigen und wieder durchparieren, Trabsagen, aber ohne Longe und Zug. Und du solltest auf keinen Fall deinen Körper zum Pferd hin ausrichten, weil damit machst du sehr viel Druck auf dein Pferd und schickst es eigentlich raus. Und deswegen gerade im Galopp gut den Körper vom Pferd wegdrehen. So geht es in meinen Augen richtig. Also erst mal das Pferd wirklich gut vorzubereiten. Dann übe ich zunächst wirklich nur anzugaloppieren. Ich nenne das auch gern antraloppieren, dass man wirklich aus so einem Trab nur kurz in so einen faulen Galopp geht und dann sofort sagt, bravo, das war mega und du darfst wieder ausgehen. Und wir üben erst mal nur anzugaloppieren, bis das Pferd das Angaloppieren gut koordinieren kann und ein schönes, gesetztes, entspanntes Angaloppieren zeigt. Muss jetzt noch nicht perfekt sein, aber es sollte eben nicht dieses Losgeschmetter sein. Dem Pferden wirklich Raum geben. Also wenn ich Galopp übe mit dem Anfängerpferd, dann kann mir der Platz eigentlich gar nicht groß genug sein und der Longenabstand gar nicht groß genug sein. Denn umso größer die Tour am Anfang für das Pferd, umso besser kann es entspannt in einen Galopp reinfinden. Dann, dass wir das Pferd begleiten, dass wir eben auf Kopfhöhne neben dem Pferd mitgehen. Dann, dass wir wirklich versuchen, dem Pferd zu helfen und darauf achten, dass wir es eben nicht stören. Und wir verlängern dann erst den Galopp, wenn das Pferd ruhig und losgelassen angeloppiert ist. Das heißt, wenn jetzt das Pferd die ersten drei Sprünge schön gemacht hat, dann bleibe ich in dem Bild und frage mein Pferd, ey, könntest du so vielleicht auch mal fünf Galoppsprünge machen? Schaffst du vielleicht mal einen Viertelzirkel? Mega! Wenn das Pferd ausfällt, völlig okay, darf es. Es hat am Anfang noch nicht die Kraft, lange einen guten Galopp zu halten. Dann einfach ignorieren, einfach sagen, ja, dann trabst du erst mal, dann dem Pferd bitte genug Zeit geben, um dann erst mal, wenn es sich wieder gefunden hat, wenn es im Trab wieder schön ist, dann frage ich wieder einen neuen Galopp an. Und erst, wenn das Pferd dann wirklich diese Kraft entwickelt hat, den Galopp länger zu halten, dann darf der Galopp auch länger ausgeführt werden, also mehrere Zirkelrunden. Und dann ist der Galopp eben auch trainingsfördernd. Wenn er so schön aussieht, wie hier bei Pien auf dem Bild rechts, dann macht der Galopp die Pferde eben auch nicht kaputt. Aber auf jeden Fall bitte nicht überträuben und nutze eine äußere Umzweinung, bis das Pferd wirklich von sich aus die Balance gefunden hat, dass es die nicht mehr braucht. Meine Hilfen, die ich zum Angaloppieren gebe. Die erste Hilfe ist immer mein inneres Bild. Das heißt, ich sehe vor meinem inneren Auge, wie das Pferd gelassen angaloppiert. Sensible Pferde reagieren da ganz häufig schon drauf und ich muss nichts weiter tun. Fast immer werden die Pferde angeschrien in den Galopp. Das hatte ich vorhin schon gesagt, Galopp und so. Also bitte leise, ganz sacht und dem Pferd vor allen Dingen Zeit lassen, in den Galopp zu gehen, bis es dieses Bild annimmt. Dürfen gerne zwei, drei Zirkelrunden vergangen sein, bis dann das Bild beim Pferd wirklich verarbeitet wurde, das Pferd das Bild gesehen hat und dann entsprechend drauf reagiert und versucht, einen Galoppsprung zu machen. Ich sage dann auch Galopp. Und im nächsten Moment fange ich dann an, ein bisschen dem Pferd den Takt vorzugeben. Ich stelle mir mal vor, ich bin der Dirigent von einem Orchester und takte dem Pferd. Das kann ich dann entweder sagen in Galopp, 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 dass man so diesen ruhigen Galopp-Takt vorgibt oder mit so einem kleinen Schneißen. Aber so ganz leise, nicht dieses... Das ist meistens schon wieder zu viel Energie. Da müsst ihr einfach gucken, was braucht euer Pferd. Probiert euch da ein bisschen aus. Wenn alles nicht funktioniert, dann kommt bei mir so ein ganz sanftes Hinschwingen mit der Peitsche. Aber die Peitsche ist eigentlich immer nach hinten unten weg und diese Bewegung ist ruhig und sanft. Und es ist eigentlich nur ein Bild, was schwingt zum Pferd. Mein Bild dazu ist immer, ich bin eigentlich am Strand mit meinem Pferd und mein Pferdchen läuft aus dem Meer heraus und von hinten kommt so eine sachte Welle, die zum Pferd hinschwingt. Das ist so eine Energiewelle. Und dieses Bild mache ich, wenn ich mit der Peitsche ganz vorsichtig hinschwinge. Bitte ohne Drohen, ohne Aggression, ohne Knallen. Ganz sanft und leise. Dann darf die Peitsche genutzt werden und macht beim Pferd keine negativen Gefühle, löst keine Angst aus und löst keinen Stress aus. Wenn die Peitsche das auslöst, dann bitte neu etablieren, nochmal neu erklären, weil damit ist sie für unsere Arbeit einfach wertlos und eher schädlich, wenn sie so beantwortet wird. So, wir gucken uns jetzt noch ein bisschen Filme an, damit ihr noch ein bisschen was zu gucken bekommt. Das war jetzt ein Pferdchen, was bei mir im ersten Trainingseinheit war. Der Dunit, den könnt ihr euch auch ausführlich angucken in unserem Kurs Sehen lernen bei Wege zum Pferd. Die Besitzerin ist selber Trainerin und hatte halt vorher erzählt, dass Dunit im Galopp immer sehr angespannt ist, nie den Hals fallen lässt, immer sehr ins Rennen kommt. Und ihr Angalopp-Kommando war Küsschen. Und wir sehen mal, was dieses Küsschen mit ihm macht und wie er angaloppiert. Und ihr seht, losgerast, da war dieses Küsschen zu hören. Also das war für ihn ein viel zu viel Energie und dadurch ist er so in den Galopp reingeschossen. Und dann mache ich ihr das einmal vor. Gut so. Merkst du, wie viel Zeit ich ihm lasse? Ja. Du denkst wirklich nur Galopp, ne? Ohne Treiben, ja. Genau. Und dadurch geht er wesentlich stressfreier in den Galopp rein. Gut. Und wieder. Gut so. Ja gut. Ah. Ihr seht, dass er jetzt schon deutlich entspannter und ruhiger war. Achtet bitte auf meine Körperhaltung. Die Peitsche ist nach hinten unten weg. Ich gehe mit ihm mit und halte Händchen und achte drauf, dass nicht zu viel Zug auf die Longe kommt. Ich beruhige sofort. Ich lobe sofort. Und ich habe wirklich ihn nur so ganz sacht reingetaktet und mir vorgestellt, er galoppiert. Und dadurch kam es sofort zu einer guten Verbesserung. Gucken wir uns das nochmal einmal ohne Ton an, dass ich euch nochmal ein bisschen zur Körpersprache zeigen kann. So, das war nochmal Sabine. Sie macht das eigentlich gut und sie macht einem vom Körper her wenig Druck. Ihr seht aber jetzt in dem Moment, wo er so rast, wird man automatisch zum Pferd so hingedreht. Und dann richtet man seinen Körper zum Pferd aus und macht damit dem Pferd noch mehr Druck, als es eh schon verspürt. Also auch gerade dann bitte daran denken, wenn die Pferde so losrasen, dass ihr immer daran denkt, ich drehe mich weg vom Pferd, ich nehme den Druck weg vom Pferd, ich beruhige mein Pferd. Und nicht noch den Stress des Pferdes noch vergrößern. Also rechte Schulter müsste sie zurückgehen und das Pferd beruhigen. So, und ihr seht, ich drehe mich mit dem Körper mit. Peitsche macht nur ganz wenig, ist sofort entspannt nach hinten unten weg. Ich drehe den Körper weg vom Pferd, ich versuche nur ganz leicht Kontakt zu halten. Und jetzt seht ihr gleich, dass die Gärte nach vorne geht, wenn ich ihn durchparieren möchte. Nehme ich meine Gärte unten am Pferd da. Jetzt seht ihr das. Und vor dem Pferd hebe ich die so ein bisschen an, mache dabei und lobe sofort, wenn mein Pferd traut. Also ganz vorsichtig mit dem Pferd mitgehen. Die linke Schulter könnte ich noch locker lassen. Hätte ich jetzt, wenn ich meine Schülerin wäre, mir noch angemerkt, lass noch links noch mehr los die Schulter, atme noch besser. Gesicht weich, sanfte Augen, damit das Pferd wirklich ganz weich von uns in den Galopp getragen wird. So, hier seht ihr nochmal meinen Ronaldo. Da habe ich mit ihm das Angaloppieren geübt im Raumpennen, weil der war wirklich sehr groß und hatte große Angst im Galopp. Und ich lasse ihn dann wirklich nur drei Sprünge im Galopp und lasse ihn sofort wieder ausgehen und lasse ihn eben die äußere Umzäunung, damit er einfach von außen die Stabilität hat und ich auf keinen Fall irgendwie an der Longe ihn störe. Also im Trab gehe ich mit, achte darauf, dass mein Körper noch gut nach rechts ausgerichtet ist. Jetzt macht er drei Sprünge und trabt sofort wieder und dann geht es nur darum, im Trab wieder Ruhe reinzubringen, bis er im Trab wieder schön entspannt und dann könnte man wieder ganz, achte, Tralopp, Tralopp. Und so hat er das super gut gelernt. Nachher war der so gut, dass ich auch in der Freiarbeit auf kleinen Zirkeln richtig schön galoppieren konnte. Seht ihr auch später noch. So, hier seht ihr nochmal, das ist der Nico. Nico kennt vielleicht einige von euch. Den haben wir in der Ausbildung begleitet bei Wege zum Pferd. Da war er relativ frisch bei uns. Also ich würde mal denken, ungefähr, wir haben ihn dreijährig bekommen, vielleicht dreieinhalb. Und das waren so die ersten Versuche, ihn an der Longe mal anzugaloppieren. Und ich empfehle halt immer, dass wenn man es auf dem Platz mal, also auf dem umzäunten Platz, wenn man nicht im Raum ist, das dann möglichst immer an der Stelle anzugaloppieren, wo wir dann von drei Banden den Rahmen bekommen. Also bitte nicht zur offenen Zirkelseite hin angaloppieren, sondern nach der offenen Seite, in dem Moment, wo dann wieder die Bande da ist und das Pferd stabilisiert. Und Nico ist ein Klickerpferd und deswegen hat Alex ihn in dem Moment, wo er dann angesprungen ist, hat sie Klick gemacht, einen Zungenklick gesetzt und dann pariert er sofort durch und hat sofort verstanden, dass das das richtige Verhalten war. Also hier einmal für alle, die mit positiver Verstärkung und Marker arbeiten, einmal wie wir das mit dem Klick dann erarbeiten würden. Also erst die offene Seite traben und jetzt zur geschlossenen Seite, lässt sie ihn kurz anspringen und sofort Marker, Belohnung, Pferd feiern und so kann das Pferd gut die Aufgabe verstehen. Und wenn die das dann besser können, dann auch gerne weg vom Kreis im Galopp. Hier sehen wir Deborah mit ihrem wunderschönen Gapo. Die beiden, sportlich, jung und dynamisch, nutzen die ganze Bahn, um zu galoppieren. Also wirklich dem Pferd Platz geben, dass man dann auch wirklich einen frischen, fröhlichen Galopp, aber auch hier wirklich ist dieses Mitlaufen wichtig, dieses Händchen halten, nicht das Pferd zu stören, nicht rucken, nicht ziehen, sondern deswegen laufe ich auf Kopfhöhre mit, damit ich gut meine zwei Finger hinhalten kann und das Pferd eben nicht in Not bringe. So, wenn die Pferde Schwierigkeiten haben, wirklich anzugaloppieren, dann übe ich das gerne, dass ich denen so ein kleines Hindernis hinlege. Am Anfang reicht wirklich so ein Dualschlauch, den man hinlegt. Ich habe jetzt hier bei meinem Buddy schon so ein Cavaletti auf kleinste Stufe gestellt, aber anfangs starte ich eigentlich immer nur mit einem Dualschlauch und stelle mir aber vor, das ist eigentlich schon ein richtig großer Sprung, ein Doppeloxer oder sowas ähnliches. Also je nach Sensibilität des Pferdes muss man ein bisschen mit dem inneren Bild arbeiten, wie groß dieser Sprung vor meinem inneren Auge ist und denkt dann nur, komm vor dem Sprung jetzt ein bisschen zulegen, sonst schaffst du den nicht und dann hüpf. Und daraus lässt sich dann oftmals sehr stressfrei ein Angaloppieren entwickeln. Und auch Buddy ist ein Markerpferd, ein Klickerpferd, der wird dann auch die ersten Male sofort danach klick und belohnt. Und dann weite ich das immer mehr aus, bis wir nachher den großen Zirkel galoppieren. Also erst mal im Trab zulegen und dann sagst du und hüpf. Genau, kleiner Hüpfer und da kommt der Klick und ich gehe gleich hin und gebe dem Buddy eine Belohnung. Und dann kommt da schon ein kleiner Sprung und gleich wieder hingehen und ihm eine Belohnung geben. Und dann fangen die auch an, Spaß zu kriegen und ziehen schon immer ein bisschen mehr an und freuen sich auf Hindernis. Da dachte er, es gibt einen Klick, aber ich habe gesagt, na komm, ein bisschen weiter schaffst du noch. Ein bisschen weiter und hopp. Genau, und so habe ich dann den Galopp nach und nach immer mehr verlängert und auch das Hindernis ein bisschen größer getraut zu machen, sodass er jetzt wirklich schon immer einen richtigen Sprung machen muss und ich dann auch versuche, immer mehr den Galopp vorher schon und danach noch ein bisschen länger. Und da hat er dann richtig auch Spaß bekommen. Und so haben wir den Galopp dann immer mehr verlängern können. Und ihr seht, auch ich muss ein bisschen mitlaufen, damit ich mitkomme und meine Position halte. Natürlich auf beiden Seiten üben. So, dann, wenn das Pferd soweit keine stabile Äußere Umrandung mehr braucht, dann wäre eine schöne nächste Übung, die Quadratwollte, kennt ihr sicherlich von Mike Geithner, Dualaktivierung, Equikinetik. Hier sehen wir Anne mit ihrer Stute Pia. Und mit ihr üben wir jetzt schon, weil die das schon alles sehr schön macht, auch im Trab mit der Quadratwollte, dann in der Quadratwollte anzugaloppieren. Und dort üben wir die Übung raus aus der Quadratwollte, also hinter die Quadratwollte. Jetzt seht ihr, geht sie hinter blau. Und dann wieder einfädeln wir in die Quadratwollte. Und auch da ist die Übung, dass wir die Pferde nicht an der Longe reinziehen, in die Quadratwollte, sondern über die Körpersprache die Pferde einladen, wieder reinzukommen. Und dass das tatsächlich funktioniert, ohne an der Longe zu ziehen, das zeigt uns dann, wenn es in der Freiarbeit klappt. Hier seht ihr die beiden in der Freiarbeit, auch in der Quadratwollte. Hier lädt Anna Pia ein, über Körpersprache auf die Wollte zu gehen. Jetzt sagt sie, geh bitte wieder raus, wieder in die Quadratwollte. Und dann galoppiert sie Pia auch in der Quadratwollte. Und ihr seht, dass sie sie wirklich schön über die Körpersprache lenkt, den Körper nach links ausrichtet und nach dem Durchparieren zum Trab. Jetzt lädt sie sie wieder ein. Also ihr seht, wir brauchen keine Longe, keinen Longezug, um die Pferde wieder zu verkleinern. Sondern wenn wir es gut vorbereitet haben, dann funktioniert das eben über die Körpersprache. Und so will ich es von Anfang an haben. Dann sehen wir hier nochmal einen schönen Übergang von Dahlia, die aus dem sehr gelösten Trab so ganz gelassen in den Galopp geht. Also ganz ruhig und unaufgeregt soll das sein. Der Galopp sollte sich im Laufe der Zeit immer mehr bergauf entwickeln. Richtig im Galopp bitte, diese Bergauflinie, Gruppe Widerriss, die Nase des Pferdes muss vor der senkrechten bleiben, das Genick locker, ohne dass der Kopf sich verdreht. In der Dehnungshalte sollte das Pferdemaul auf Höhe Buggelenk, Ellbüggelenk sein, das innere Hinterbein sollte schön unter den Schwerpunkt treten. Ja, so sollte dann der Galopp sich immer mehr entwickeln. Und so sollte der dann später eben auch in der Freiarbeit aussehen, dass das Pferd wirklich richtig schön von bergauf galopp zeigt, sich nach innen biegt, eine gute Schulterbalance hat, einen guten Gesichtsausdruck zeigt. Also auch wirklich hier immer bitte die Mimik des Pferdes im Auge haben. Wann fangen die Pferde an, Sorgenfalten zu bekommen, um die Nase hochzuziehen, die Ohren anzulegen, die Besichtsmuskulatur anzuspannen. Also immer schauen, was macht meine Arbeit mit der Emotion des Pferdes? Wann überfordere ich es? Wann mache ich zu viel Druck? Um zu gucken, dass nachher bei allem, was ich mache, das Pferd halt wirklich gut guckt, sich wohlfühlt und mit guten Emotionen dabei ist. Ja, damit bin ich dann am Ende. Schön, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für dich und dein Pferd. Also bitte immer viel loben, dem Pferd Zeit geben. Ja, und einfach gucken, dass eure Pferde lernen, in einer gesunden Manier an der Longe zu galoppieren, später in der Freiarbeit zu galoppieren. Und ihr werdet merken, das macht sich auch sehr bemerkbar dann unterm Sattel. Pferde, die gelernt haben, an der Longe gut zu galoppieren, denen fällt es eben dann mit uns um auf dem Rücken drauf auch mega viel leichter. Also, ich habe noch einen zweiten Beitrag bei mir auf der Homepage. Wenn dein Problem im Galopp ist, dass die Pferde in Kreuzgalopp gehen oder in Außengalopp, da findest du auf meiner Seite, findest du da unten die Adresse, auch einen Blogbeitrag zu. Bis dahin erstmal liebe Grüße.